So Leute! So Leute Leute! So Leute! D-Freni! Ich gebe Gas! Ich gebe HAD Gas! Äh der-Vreni?! Das ist alles falsch! Leon nannannannannannannannannannannann Freni cheatet! Gott Frames die Karrer hier! Sehr gut! Äh DLC! Ah Alter DLC ün! Die Karrer-Frames! der frames us-army-truck da fliegt einer hier eric wurde auch auf das standard auto zurückgesetzt oder ja ich habe mir das um lackiert ja aber das du konntest sich ein anderes nehmen oder als ob das die ganze zeit rückwärts gefahren bist naja erik hast dich versetzt von jemandem gerammt worden ach so ich dachte du wolltest mir das weg zieht also mal zumal zumal eine kleine deutschland bremsen beschädigt jawohl bremsauswahl das war es mit dem schild ich glaube mein pick-up ist nicht mal wieder zu erkennen das ist kein pick-up das ist ein letdown jungen ja alex also mal das ja jetzt fährt sich halt ungewohnt mit lenker ich habe noch 83 lebenspunkte aber habe schon noch drei auto ich glaube ich habe nur noch drei reifen ich habe nur noch drei auto jungen ich habe hier auf 70 habe aber vier reifen bremen 94 reifen alles gut alles geht es kann da in der alex du brauchst gar nicht erst versuchen mich weg zu haben ja nein stein aua mein heck ja ich glaube ich mag das auto hier da liegt gar nicht so der standard fahrverkehrung soll ich gerade sagen so kennt man weiß man gar nicht wenn man crashen soll ja ich bin eh schon dauernd sagtest du dich gerade noch deinem auto macht das alles nichts aus ja naja frontal aber seitlich und von hinten das macht man den erweiger leon leon Ich glaube, so häufig wurde dein Name noch nicht geschrieben, Leon. Leon, du Sackgesicht. Aber den Namen kann man doch echt gut schreien. Ich möchte mal positiv erwähnen, dass Juli noch am Leben ist. Der hat sich ja auch noch nie aufgeregt. Der ist erst, aber es läuft hier schief. Der fährt halt mit was weiß ich wie viel Abstand weg. Ja, der ist eine Minute vor mir. Getriebe beschädigt. Also, Leon, das sollst du sowas von zurückkriegen, du Arschgesicht, ey. Wo fährst du hin, Erik? Ich weiß es nicht. Wer ist da geflogen? Spontane Exkursion ins Kundenumfeld. Ja, spontane Exkursion ins Kundenumfeld. Leon, bleib mal kurz stehen, bitte. Leon, 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 Leon. Ich habe fast um 130 Sachen drauf. Ich bin froh, dass mein Auto nicht schreien kann. Oh, Bande, hallo. Ich glaube, Eriks Auto würde gerade durch noch schreien, Bremsausfall. Nein, das würde gerade einfach nur noch auspacken. Das würde einfach nur noch schreien. Störung. Störung. Massenschaden. 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 Zwangsbremsung. Petalschaden. Nico, was hast du denn vor? Du bist vor 20 Sekunden bei dir vorbeigefahren sein. Sicherheit. Sie fahrt. Zwangsbremsung. Sie fahrt. Zwangsbremsung. Sie fahrt. Zwangsbremsung. Fick. Okay. Ein Bot hat mich geärmt. Ich habe die Monierhilfe gegrillt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Vor allem ist ein Bot, den ich wegkriege. Boah. AfD. AfD. Oh nee. Nee. Alter, die geführt Diesel-Logs. Hallo, Nico. Wie geht's so stets? Du Arsch. Leon, in Schwachsinn labern, bist du echt Weltklasse. Ja. Korrekt. Das ist eine Königsdisziplin. Oh fuck. Ich wollte dich eigentlich anhalten. Also selbst wenn dir nichts zu sagen, hast du einfach blöd irgendwas rumzulabern, kannst du echt gut. Das ist aber eine gute Sache als YouTuber. Ja. Das ist Unterhaltung. Ja. Guck dir mal meine alten Trend-Tamulator-Videos an. Da hatte ich auch nichts zu sagen. Ich habe nur ein Halbwissen verbreitet. Man muss, man, das ist halt echt so eine Kunst, um einfach so Smalltalk halten zu können. Erik, du sagst, ich würde mich nicht in der Nähe um die Fähre. Ich baue ihn da. Wenn, wenn es nur Smalltalk wäre, wäre es ja gut. Äh, Mai 2 hat er. Einer ist halt der Verboten im Mai im Rahmen. Hallo Erik, wer, wer, wer. Ich meine, ich meine, guck, so das klassische Beispiel. Guck dir machen Gruppenkarten, der hat über... Ich denke, 2000 Folgen Minecrafts moderiert hat er da dahinter. Ja, ich war hartvoll sucht, Tomate. Das Problem ist nur erst über mich weggeflogen. Ja, mein Juli war er weg. Wobei, der müsste eigentlich gleich sogar schon unter der Zugehunde sein. Ich weiß nicht, ich bin die Unitsstunde dran und ich bin auf den Boden. Guck mal, wenn er durch die Kurve drifte, alles ist so schief gestellt. Das kursiert bei ihm alles. Oh Gott, oh Gott. Wie viel? Wie viel müsst ihr denn noch? Eine halbe. Ich muss noch zwei Runden. Eine noch? Okay. Ja, ich guck gerade dem Alex zu. Ich merke halt einfach, dass das so eine Anfängerkarre ist. Die zieht halt einfach nicht. Ja, ich meine, du bist trotzdem Fünfter. Ja, also. So, ich bin im Ziel. Kacke. Wer hat denn Tomates-Bus wieder auf die Strecke geschoben? Wie verdellt der Rapposcheißbus? Das weiß ich nicht. Ja, wie der Zweck aussieht. Ja, ja. Ne, nur bin ich jetzt schon ein Auto durchgefahren. Ne, aber jetzt mal ohne Witz. Der Bus stand zwei Runden lang rechts da im Eck. Das erinnert mich an den Midi-Bus, den ich gekauft habe und danach direkt verschrotten lassen musste. Da haben wir bei der Überführungsfahrt auch festgestellt, wenn uns da ein Auto in die Seite reinfährt, kommt es auf der anderen Seite wieder raus. Oh. Ja. Das war dann ja auch ein sehr erfolgreicher Kauf. Ja. Ja, mit dem Kauf habe ich genau 3.000 Euro verloren. Krass. Ne, 4.000. 4.000. Ich habe ihn für 4.5 gekauft und für 500 habe ich ihn verschrotten lassen können. Leute. Was ist, was ist das für ein Bild? Frems. Wo? Welches? In Mike. Das ist ein Profilbild scheinbar, oder? Nicht CS-Bumgelspring habe ich so das Gefühl. Er will keinen... Was? Geht schon los? Ja. Ohne Leon anscheinbar. Ja, ich habe Leon erstmal weggerammt. Ich habe ein Joystick fahren. Ist ja geil. Ich kann beim Joystick fahren. Oh, danke, Fremie. Nein, 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 Fremie. Oh, Alex. Ja. wie gibt es damit gas und also davor ja aber du kannst du kannst ja nicht ganz nach vorne und eigentlich das ist ja abgerundet wie das denn ist doch rund das ist eine sehr streckige kurve wieder ja aber ich stehe die massen nach vorne und dann gleichzeitig längst oder wie läuft das ich muss hier noch einholen ich habe was muss ich das mal was groß war an sich ja auf der taster tun ja ich kann gerade nicht das benutzen weil er mein dings genommen hat mein joystick jetzt sein muss ich mein ich war eben zu meint auf der taster tür ja genau das macht die gedehnte von paren ich bin froh was alex macht diesen riesen fehler und zieht mir doch trotzdem noch weg weg dauerhaft ja okay jetzt habe ich richtig Ja, ich bin so richtig kacke. Ja, ich bin da ja auch gerade den gesündet. Nein! Oh, 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 Problem! Ja, mit welcher Tasse vorsätze ich? Weil wenigstens fallen die Reifen hier nicht mehr ab. Ja. Außer bei Juli, der kriegt's noch hin. Erik, wo wolltest du denn hin? Ich weiß es nicht. Alter! Ich fahr nur und er lenkt die ganze Zeit extremst nach rechts, egal wie ich lenke. Ich lenke nach links und er lenkt nach rechts. Jetzt ist Främie mitgekommen. Wer ist gekommen? Oh, scheiße. Jetzt ist Främie erster. Jetzt ist Främie erster. Ja, hat Främie auch mal verdient. Oh, Alex. Alex, gehen wir nicht auf den Saiger? Ich bin so weit weg. Wir nehmen halt nur drei Folgen auf. Du kannst nicht dreimal erster sein. Sonst kann ich das nicht verteilen. Nee. Und wir brauchen ja auch eigentlich deine Aufreger. Ja. Tja. Oh nein. Verfickte Scheiße! Alles von mir. Da sind die Aufreger. Ey, und ich dreh mich und dreh mich und dreh mich und dreh mich. Ich habe noch vier AP. Ich will mich einer wegraben, damit ich von diesem scheiß Planeten erlöst werde. Ich mach das doch gerne ohne. Ich mach das doch gerne ohne. Ich mach meine Notflachtung bitte. Du bitte auch. Hä, warum? Okay, ich hab's von allein gemacht. Dankeschön. Ey! Ey! Du Dreckscop! Meine F***. Ey, lass mir das doch mal machen. Hat mir jetzt einen Fehler gemacht? Ich hab mich kurz zurücksetzen müssen, ja. Nur kurz. Also ich glaub die Runden heute können wir nicht als Werbefreund. Äh, können wir nicht Werbefreund. Scheiße, ich hab die ganzen Werbeschilder kaputt gemacht da, Achtung Alex, warum? Ja, das kommt immer Werbefreundlichkeit, ja. Ja, ja. Oh Gott, da ist ne Wand! Jetzt kriegen wir nicht mal In-Game-Geld hier von den Werbungen. Die macht Juli einfach weg. Jetzt hat mich irgendein Bot über die Linie geschoben, weil ich davor gebremst hab. Ach, wir haben es ja schon geschafft, oh. Ja. Dieser Schusser. Ich wollte warten auf Alex. Was hat mich denn irgendwie geboten? Der hat 20 auf den Zielen geschoben. Also wenn man einmal, wenn man einmal im Schwung kommt hier, mir denkt gerade, es ist echt schwer gegenzusteuern. So. Ah ja. Genau. 42 Sekunden, das ist mir in Ordnung. Was? Hat's Leon diesmal überlebt? Ne, ich bin schon lange raus. Als Erster raus ist er gewesen. Alter. Das war doch eine schöne Komite zum Abschluss. Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt WACKFEST! 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 WACKFEST!